Datenschutzmanagement. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, stellt viele Anforderungen an die Verarbeiter personenbezogener Daten. Gerade wenn ein Unternehmen nicht nur einfache Daten von Mitarbeitern und Kunden verarbeitet, sondern die Verarbeitung von Daten komplexer ausfällt oder zum Geschäftsmodell gehört, ist ein Datenschutzmanagement unabdingbar. Dieses ist nicht nur zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten angeraten, sondern schafft auch Vertrauen, bei Geschäftspartnern, Kunden und Aufsichtsbehörden. Für eine datenschutzrechtliche Zertifizierung ist es zwingend erforderlich. Was ist Datenschutzmanagement? Datenschutzmanagement, DSM, ist im Wesentlichen ein planmäßiges Vorgehen, das dazu dient, die gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes strukturiert umzusetzen. Das DSM umfasst dabei sowohl die strukturierte Erfassung sämtlicher Verarbeitungsvorgänge im Unternehmen, als auch deren Bewertung, sowie den Abgleich mit den gesetzlichen Vorgaben und Maßnahmen zur Sicherstellung deren Erfüllung. Je nach Komplexität der Datenverarbeitungsvorgänge im Unternehmen sind dazu unter anderem folgende Punkte erforderlich. Awareness-Maßnahmen für die Führungsebene und Mitarbeitenden. Erstellen von Handbüchern, Leitlinien und Handlungsanweisungen. Benennung von verantwortlichen Mitarbeitern im Unternehmen zur Umsetzung des Datenschutzes. Erfassung der datenschutzrelevanten Vorgänge. Datenschutzdokumentation und Dokumentenmanagement. Risikoabschätzungen und gegebenenfalls Datenschutzfolgenabschätzungen. Überprüfung oder Etablierung technisch-organisatorischer Maßnahmen. Schaffung von Strukturen, um Meldungen an die Aufsichtsbehörden und die Umsetzung von betroffenen Rechten sicherzustellen. Management datenschutzrechtlicher Verträge. Wozu braucht man Datenschutzmanagement? Das Datenschutzmanagement dient in erster Linie dazu, überhaupt den Ist-Zustand des Unternehmens zu erfassen. Des Weiteren wird die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Anschließend werden Maßnahmen entwickelt, mit denen Mängel behoben werden. Die DSGVO stellt gewisse Vorgaben an Datenverarbeiter. Ein Datenschutzmanagement ist dabei nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Aber gerade bei größeren Datenmengen oder einer Vielzahl an Vorgängen, sind diese nicht ohne vernünftiges Datenschutzmanagement bzw. einem Datenschutzmanagement-System zu erfüllen. Folgende Pflichten obliegen dem Verantwortlichen, zu deren Erfüllung ein Datenschutzmanagement hilfreich oder notwendig ist. Führen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, in dem sämtliche Prozesse im Unternehmen erfasst sind, bei welchen personenbezogene Daten verarbeitet werden, Artikel 30 DSGVO. Dies reicht vom Bewerbermanagement, über den Webauftritt, Kundendaten, Newsletter, Zahlungsabwicklung bis hin zu Vorgängen, die gegebenenfalls zum Geschäftsmodell gehören. Das Verzeichnis muss der Aufsichtsbehörde auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden. Rechenschaftspflicht Der Verantwortliche muss für alle Verarbeitungstätigkeiten nachweisen, dass er die Grundsätze der DSGVO einhält, Artikel 5 Absatz 2 DSGVO. Dazu ist eine ausführliche, strukturierte Dokumentation erforderlich. Der Verantwortliche oder auch ein Auftragsverarbeiter muss unter einer Risikoabwägung geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen treffen, um ein angemessenes Niveau bei der Datenverarbeitung zu gewährleisten, Artikel 32 DSGVO. Dies geschieht anhand einer Risikoabwägung, die dokumentiert werden muss, um sie im Zweifel nachzuweisen. Auch wenn das Unternehmen selbst als Auftragsverarbeiter fungiert, muss es bereits im Rahmen des Auftragsverarbeitungsvertrages seinem Vertragspartner die technisch-organisatorischen Maßnahmen mitteilen können. Bei Verarbeitungstätigkeiten mit hohem Risiko für die betroffenen Personen muss zudem eine dokumentierte Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt werden, Artikel 35 DSGVO. Die Erforderlichkeit von datenschutzrechtlichen Verträgen ist für alle Verarbeitungsvorgänge, an denen mehrere Parteien beteiligt sind, zu prüfen. Diese Verträge sind strukturiert abzulegen, um bei Bedarf gefunden zu werden. Der Verantwortliche muss die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO erfüllen. Dazu benötigt er einen strukturierten Überblick über seine Verarbeitungsvorgänge, insbesondere Rechtsgrundlagen und Übermittlungen an Dritte. Nach Artikel 33 Absatz 5 DSGVO sind zudem eingetretene Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und die diesbezüglich getroffenen Maßnahmen nachvollziehbar zu dokumentieren. Welche Vorteile hat ein Datenschutzmanagement? Neben der Erfüllung oben genannter Pflichten hat das Datenschutzmanagement auch unmittelbare Vorteile für ein Unternehmen. Zunächst können kritische Verarbeitungstätigkeiten schneller erkannt werden und es können gezielt Maßnahmen ergriffen werden. Um einen Schaden abzuwenden, bevor er eintritt und finanziellen Schaden oder einen Reputationsschaden verursacht. Auch Betroffenenrechte können dadurch einfacher umgesetzt werden. Wenn Betroffene etwa Auskunft über ihre Daten oder die Löschung verlangen, können die Daten schneller aufgefunden werden und die Löschung kann einfacher geprüft und durchgeführt werden. Dies kann auch finanzielle Auswirkungen haben, wenn man überlegt, dass ein Gericht einer betroffenen Person bereits 500 Euro Schadensersatz zugesprochen hat, weil die begehrte Auskunft nicht vollständig innerhalb eines Monats erteilt wurde. Auch wenn die Aufsichtsbehörden tätig werden, ist ein funktionierendes Datenschutzmanagement von immensem Vorteil. Zum einen kann man die angefragten Informationen schnell und zuverlässig liefern. Zum anderen wird in Bußgeldverfahren ein nachweisbares, gutes Datenschutzmanagement in der Regel Bußgeld mindernd berücksichtigt. Gerade wenn die Datenverarbeitung zu ihrem Geschäftskonzept gehört, ist es für viele Geschäftspartner und Kunden Voraussetzung, dass sie ein funktionierendes Datenschutzmanagement vorweisen können. Eine Zertifizierung ist regelmäßig nur mit einem Datenschutzmanagement möglich. Dies erhöht Vertrauen bei Geschäftspartnern und Kunden. Für viele andere Unternehmen gehört es bereits zu deren Datenschutzmanagement, nur Verträge mit zertifizierten Partnern zu schließen, sodass man ohne DSM Kunden verlieren oder gar nicht erst gewinnen kann. Welche technischen Lösungen gibt es für das Datenschutzmanagement? Neben den organisatorischen Schritten können technische Hilfsmittel das Datenschutzmanagement unterstützen. Für kleine Unternehmen mit wenigen und einfachen Verarbeitungstätigkeiten kann die entsprechende Organisation des Datenschutzes auch mit Hilfe von Standardlösungen wie beispielsweise einer Ordnerstruktur, Word-Dokumenten und Excel vorgenommen werden. Sobald aber eine Vielzahl an Verarbeitungstätigkeiten durchgeführt wird und oder komplexere Strukturen vorliegen, ist ein Datenschutzmanagement-System, DSMS, unabdingbar. Welche Softwarelösungen gibt es für das Datenschutzmanagement und was ist dabei zu beachten? Viele kleine und auch mittelständische, aber auch große Unternehmen haben sich spätestens mit der Einführung der DSGVO auf Softwarelösungen für das Datenschutzmanagement spezialisiert. Der Markt ist groß und schwer zu überblicken. Folgende Überlegungen sollten bei der Anschaffung einer Softwarelösung für das Datenschutzmanagement eine Rolle spielen. Bedarf Um den grundsätzlichen Bedarf zu ermitteln, sollte man sich folgende Fragen stellen. Welches Problem soll die Software lösen? Benötigt man nur ein einfaches System, um seine Verfahren und technisch-organisatorischen Maßnahmen zu erfassen, oder gibt es im Unternehmen schon komplexere Strukturen und es werden zusätzliche Prozesse, Workflows und Ticketlösungen benötigt? Welche Rolle soll die Software bei der Bearbeitung von betroffenen Anfragen, Beschwerden oder Meldungen an die Aufsichtsbehörden erfüllen? Einige Anbieter bieten auch modulare Systeme an, sodass man sich zunächst für zwingend notwendige Basismodule entscheiden kann, die man nach Bedarf oder mit Wachstum des Unternehmens ausweiten kann. Individualität der Software Dies hängt häufig von den eigenen Kapazitäten, Fragen der Wartung und den gewünschten Zugriffsmöglichkeiten ab. Auch spielt der Preis hierbei häufig eine Rolle. Einzelne oder zusammen mit IT-Sicherheitslösungen und Notfallmanagement? Gerade wenn auch ein IT-Sicherheitstool im Einsatz ist oder eingeführt werden soll, sollte man die Überlegung anstellen, ob beides nicht in einem Tool abgebildet werden kann. Dies zieht jedoch Folgefragen nach sich. Auf der einen Seite kann die Bearbeitung von IT-Sicherheitsmanagement und Datenschutzmanagement in einem Tool Arbeit sparen, da Daten nur einmal erfasst werden. Zudem kommt es so zu einheitlichen Bewertungen des gleichen Vorgangs. Auf der anderen Seite sind die Informationen der IT-Sicherheit wesentlich sensibler. Da sie mögliche Lücken im System offenbaren könnten und so höhere Anforderungen an die Sicherheit eines derartigen Systems zu stellen sind, sodass beispielsweise eine Cloud-Lösung nicht in Betracht kommt. Bedienbarkeit Beachtet werden sollte auch, wie groß der Anbieter der Software ist und welche Erfahrungen er auf dem Gebiet aufweist. Ist das DSMS sein Hauptgeschäft und hat er wirklich Ahnung auf dem Gebiet und entwickelt die Software ständig weiter und passt sie an aktuelle Gegebenheiten an? Anbieter in Drittländern außerhalb der EU sind grundsätzlich zu vermeiden, da diese häufig nicht mit den Feinheiten der DSGVO vertraut sind und zudem eine Übertragung der Daten in diese Drittländer erfolgt, die weitere Anforderungen stellt, die häufig nicht erfüllt werden können. Große Anbieter haben den Vorteil mehr Sicherheit zu bieten, da davon auszugehen ist, dass sie Bestand haben. Kleinere Start-ups können ihr Unternehmen auch schnell wieder aufgeben und haben gegebenenfalls nicht ausreichend Kapazitäten für eine individuelle Betreuung. Auf der anderen Seite können sie gerade bei kleineren Unternehmen nicht einer von vielen sein und die individuelle Betreuung und Anpassung der Software auf die Wünsche des Unternehmens ist gerade deswegen gesichert. In jedem Fall sollte die Möglichkeit der Übertragbarkeit der in die Software eingegebenen Daten vor Vertragsschluss geklärt werden. Zum einen, wenn man selbst den Anbieter wechseln will, zum anderen, wenn das Unternehmen das Geschäftsmodell aufgibt. Zu prüfen ist auch, ob grundsätzlich Schnittstellen zu anderen Programmen benötigt werden. Vielen Dank! Vielen Dank.